Hallo Freunde, mein Name ist Famulous. Egal was wir tun, wir benötigen ATP, das kennen wir schon. Dies passiert über die sogenannte Phosphorylierung. Wir erinnern uns, hier wird das energieärmere ADP in das energiereiche ATP umgewandelt, in dem eine Phosphorylgruppe z.B. aus dem KRP drangehängt wird. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ganz egal welche Energiequelle gerade vom Körper angezapft wird, das Ziel ist immer die Phosphorylierung des ATP über den sogenannten Phosphokreatinshuttle. Im ersten Teil der Videoserie haben wir schon die verschiedenen Energiespeicher mit deren Einsatzdauer kennengelernt, nun müssen wir noch klären, wo wir die jeweiligen Energiespeicher eigentlich im Körper finden und grob angeben, wie viel an jeweiligen Energiespeichervorräten wir als Mensch zur Verfügung haben. ATP befindet sich, wie schon im zweiten Teil geklärt, innerhalb der Muskulatur. Im gesamten Körper finden wir nur ca. 80g ATP vor. In Portmans Werk Principles of Exercise Biochemistry aus dem Jahre 2003 geben die Autoren für die ATP-Vorräte im Muskel eine gesamte verfügbare Menge von 223 Millimol an gebundenem Phosphat an. Das reicht rein theoretisch für nur 2-3 Sekunden an Muskelaktivität aus. Gott sei Dank setzt das Kreatinphosphat sofort an, damit wir uns weiterhin bewegen können. KRP findet man hauptsächlich im hier rot markierten Zytoplasma innerhalb der Muskelzelle wieder und hat hier eine Speicher- und Transportfunktion. Deshalb spricht man auch von einem Shuttle-System. Gespeichert haben wir eine Phosphatmenge von etwa 446 Millimol, also gleich doppelt so viel gebundenes Phosphat als in den ATP-Vorräten. Rein theoretisch können allein die energiereichen Phosphatspeicher ATP und KRP, also nur Energie für ca. 5-6 Sekunden Muskelaktivität liefern. Die ATP-Bildungsrate ist mit 73,3 Millimol pro Sekunde extrem schnell, wie wir gleich noch zu sehen bekommen. In der Praxis jedoch merken wir das Absinken des KRP-Spiegels nur bedingt, da unmittelbar nach dem Absinken die anaerobe Glykolyse angetrieben wird. Deshalb findet man insbesondere in der Medizin-Literatur teils widersprüchliche Angaben, wie z.B. dass die KRP-Speicher für bis zu 20 Sekunden ausreichen würden. Aber davon lassen wir uns aus sportwissenschaftlicher Sicht selbstverständlich nicht beirren. Anaerobe Glykolyse ist das Stichwort für die nächsten Energiespeicher, die auch aerob verstoffwechselt werden können – die leckeren Kohlenhydrate. In unserem Körper haben wir mindestens 3 verschiedene Kohlenhydrat-Quellen. Erstens das Muskelglykogen, zweitens das Leberglykogen und drittens den Blutzucker, der für Diabetiker wie mich so wichtig ist. Das Muskelglykogen ist dabei der größte Kohlenhydratspeicher mit ca. 200 g Kohlenhydraten bei untrainierten und bis zu ca. 450 g Kohlenhydraten bei sehr gut ausdauertrainierten Menschen. Der Glykogenspeicher in der Leber hingegen enthält nur ca. 100-150 g Kohlenhydrate. Und der Blutzucker, nun ja, mit ca. 4 bis, wenn's hochkommt, 8 g im kompletten Blutkreislauf, können wir die Menge ehrlich gesagt vernachlässigen. Das Blut dient hier vielmehr als Transportmedium des Zuckers. Die Frage ist nun vielmehr, wie viel Phosphat aus den Kohlenhydraten gewonnen werden kann. Beim aeroben Abbau von Muskelglykogen sind es grob 84.000 Millimol und beim Leberglykogen in etwa 19.000 Millimol. Das sind zusammengerechnet 103.000 Millimol, was ungefähr der 460-fachen Menge an gebundenem Phosphat in den ATP-Vorräten entspricht. Anders sieht es aus, wenn wir die viel schnellere, aber deutlich weniger effiziente anaerobe Glykolyse betrachten. Hier steht uns allein bei Muskelglykogen nur eine Phosphatmenge von 6.700 Millimol zur Verfügung. Als Beispiel habe ich für euch eine kleine Rechnung erstellt, die ich, links eingeblendet, im nächsten Teil erkläre. Bis dahin danke fürs Zuschauen und falls du es noch nicht getan haben solltest, dann abonniere doch bitte jetzt meinen Kanal für weitere Videos.